Willkommen zu einer Runde Megaworld Wir sind hier Team Gelb. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, woran ich gerade gedacht habe, als ich reingejoint bin. Aber es sind 100 Leute drin. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es nicht das ist, woran ich gerade gedacht habe. Also ich habe jetzt an was gedacht, wo hier so ein Haufen Wände... Achso doch, ja das könnte sogar sein. Wo man jetzt farmen muss. Und ich kriege von diesem Game einen Behinderten-Skin zugeschrieben. Das finde ich auch echt geil. So, also wir sehen uns dann gleich wieder. Die Wände fallen in 5 Minuten. Ich würde sagen, Farming-Phase machen wir uns halt raffa raus. Bis gleich. Die Wände Wenn ich sehe, was es hier so schönes gibt, fühle ich mich schon verarscht, ne? Ich baue mich so eine halbe Stunde lang einfach nur straight irgendwie durch den Boden. Und dann baue ich mir so zwei Blöcke nach oben und dann ist hier so ein fucking mean Schacht. Ja, wir kennen es nicht. Locked out. Perfekt. So sehe ich das immer, äh, finde ich immer nice, so sehe ich es immer gerne. Ähm, hi. Hi. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es bin, der laggt oder ob er laggt, aber irgendeiner von uns laggt hier ziemlich. You respawned because dein Wither ist noch am Leben. Sprachenlernen Bubble. Oh lol. Gut, dann merkt man wieder, dass ich absolut keine Ahnung von dem ganzen Game hier habe. Hä? Ich habe... Och Junge, du Hurensohn. Aber im Moment hat unser Wither noch die meisten Health Points. Ach, ich glaube ein Health Point vom Wither geht weg, wenn man einmal stirbt. So, komm. Komm. Uh. Ich habe einen. Das Problem ist, hier sind gerade echt viele. Und wie, wie kann der eine Typ 44 Herzen haben, wenn ich fragen darf? Aber die blauen hängen halt auch nur bei uns rum. Hä? Es ist so, wenn Kills sind Vorlagen und Feinde... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Mir aber auch Wayne. Das Problem ist, wenn ich jetzt runterspringe, dann ähm... Ah ja, Mann. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Or. Perfekt. Ich kriege einfach so random von 100 Seiten Hits. Finde ich massig. Lol. Die haben hier Pads oder was? Pfff. Tot. Ich sehe hier so ein bisschen das. Das sieht aus wie ein Glaspanel. Gut. Also. Sprich. Das Glas ist jetzt ausgelockt. Das ist schon mal ein Anfang. Ah ja! Jetzt muss ich nicht mehr mit dem Glas spielen. Ich weiß, dass ich nicht lustig bin bei der... Da ist ein Blauer. Der hat auch nicht so krankes Equip. Wenn ich dem jetzt eine gute Combo drücken kann mit meinem 180er Ping. Et. Ich weiß nicht. Ich weiß halt immer noch nicht, ob ich am Längen bin oder ob er am Längen ist. 180er Ping. Degentiv macht er mir ein bisschen zu viel Schaden. Hallo. Ihr Missgeburten. Helfen. Danke. Das wollte ich sehen. Ähm. Alles klar. Wer kennt's nicht? Spawnt einfach mal so random. Ein Riesenstück Wasser haben, oder? Pfff. Ein bisschen, ne? Ah, perfekt. Das hier ist einfach nur eine fette Klopperei. Ich weiß nicht, auf wen wir draußen kloppen. Aber hey. Auf irgendeinen... Ah, da. Ein grüner. Ey. Ey, ich weiß halt nicht mal, wo mein Scheiß Hover ist. Und ich hab schon 10 Vorlagen, wie der Kack hier funktioniert. Und ein Final. Ne. Äh. Ich versteh's nicht. So, du Missgeburt. Du wirst jetzt gefistet. Oder ich werd jetzt wahrscheinlich erstmal verrecken. Das ist, äh, die... Durchaus wahrscheinlichere Lösung. Gut, ich lass euch mal machen, ne? Ihr macht jetzt ein bisschen Homo-Dance. Alter, Vater. Komm, macht jetzt mal hier ein bisschen Homo-Dance. Nice. Ich bin auch da. Oh, wir gucken jetzt mit 100 Mann auf den Blauen drauf. Komm. Schön. Warte. Ach, lol. Da ist unser Wither. Guten Abend. Ich hoffe, es geht schlecht. Ja, worum ist Geburt? Du wirst jetzt gefickt. Jo, die gehen hier so mit 100 Mann drauf, oder wie? No, we, gut. Alles klar. Warte mal. Mein Wither ist gestorben. Wie schnell ging das jetzt hier? Lol, es gibt jetzt ein Deathmatch. Also, ich kann ja nicht so auf Abfuck spielen, wie ich es gerade geplant hatte. Fuck it. Ähm, konnte der, der war praktisch mehr oder minder in mir drin. Hat mir dann Knockback nach hinten gegeben. Das ist hier, als würde man auf fucking Gomme spielen. Green is hacking. Gut, dann hoffe ich mal, dass sie die Blauen zerhacken, weil die gehen mir gerade krank auf den Sack. Wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, lasst doch gerne ein Like da, ein Abo. Bis dahin. Tschüss.